So, da sind wir wieder und ich baue mein Auto ein bisschen weiter auf, er braucht noch Trinkendleistung. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Einmal. Keiner mit. Steuergerät. Gut. Nicht mal los. Ich brauche das Füllte Kräste für den Kuh. 21 Ja, machen wir dann nochmal Dann gehen wir wieder als Racer rein 23 24 22 24 25 28 23 44 Was ist denn hier? Ich habe keinen Bock auf den Kopf. Ich habe hier noch so ein Spray-Ding. Was ist denn? Da. Start. Experimentell. Experimentell. Das ist ein Spray-Ding. Let's go. Das ist ein Spray-Ding. Oh, den helfe ich doch nicht. Die Jagd ist eröffnet. Ja, geh weg. Ich lasse dich nicht davonziehen. Das ist ein Spray-Ding. Mal sehen, wie du mit Druck umgehst. Lass nicht nach, ich werde es auch nicht tun. Na dann, gib Gas. Extra-Emotan hoch 6. Wenn ich hier schön vorne wegfahren kann. Versuchen zumindest. Jetzt hörst du wie ein echter Racer auf. Ich bin raus, aber du kannst es noch schaffen. Ich werde es auch hoffentlich schaffen. Ich werde es schaffen. So gewinnt man im League-Style. Ja. Lucas war früher von diesen Idioten besessen. Und was hat es ihm gebracht? 30.000. Sehr schön. Experimentell. Abgeschlossen. So. Gut. Dann fahren wir jetzt ein nächstes. Was? Wo wollen wir denn noch ein Story finden? Hm. 30. Okay. Da können wir erst auf 30 fahren. Dann machen wir das als nächstes. Abgeordnete. Da wie Wein Okay. 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 Los. Drei Runden. Die gibt es gar nicht in die Strecke, okay? Ja. Letzte Runde. 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 Letzte Runde.